Ich brauche, glaube ich, hier für alles den Schlüssel. Hier kann ich so... Oh, greif. Na gut, ich könnte den oben jetzt schon besiegen, dann muss ich jetzt aber... Geld ausgeben. Ah, der ist schon runtergepft. Da bist du ja. Tod. Gut, ich könnte mein Schwert verstärken eigentlich. Ich kann es ja mal zeigen, das Viech, aber kämpfen kann ich gegen das Viech jetzt noch nicht. Ja, eine blöde Entscheidung. Da vorne, dieser Dicke. Gegen den habe ich jetzt noch keine Chance. Ja, und? Brauche ich nicht. Nee, den habe ich jetzt noch keine Chance. Mit Feuerbomben, ja. Du kannst den mit drei Feuerbomben abwerfen, dann ist der tot. Das Problem ist, dass der Kunde, der so oft nicht zugestürmt kommt, dass er die noch irgendwie abwärmen muss. Ich könnte den vielleicht... Ah, da wird es unten stehen, als Reden sind. Stoß beim Skelett. Ich kann mit der Waffe nicht stoßen. Arbeite mal mit durch. Das Ding muss doch stoßen können. Nee, hieb. Gibt es hier was, was stoßen kann? Ja, das bringt doch nichts. Müssen wir unser anderes Schwert wieder nehmen. Was haben wir denn hier? Achso, das ist scheiße. Ja, da unten ist es hier. Muss ich komplett außenrum, kriegst du es auch nicht hin. Da ist dann da unten so ein Boss, so ein Riese, den kannst du die ganze Zeit zwischen die Beine rumlaufen am besten. So habe ich den besiegt. Sogar beim ersten Mal. Och, sieht das blöd aus. Gut, ich könnte hier die Typen jetzt mitnehmen, aber... Zu. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem nochmal nach der Schule und schließen den Typen seine Bude auf. Und ein Level können wir sogar noch gleich nochmal. Belastung. Ich brauche aber Stärke. Brauche ich immer noch zwei Level. Aber die kriegen wir auch noch. Wird erstmal beklaut, der Hund. Kurzbogen, naja. Was, du sollst da rein? Ah, ja. Jetzt, aber erst. So, jetzt marschieren wir nochmal durch und killen alles. Hier, genau. Hoffe ich, dass es diesmal richtig ist. Es muss. Yo. Sieht einfacher aus, als es ist, ehrlich gesagt. Jetzt muss alles immer richtig gut getimt sein, sonst treffen die mich zwischendrin und es ist immer kacke. Weil Schaden nimmst du hier echt heftig. Weglaufen wir jetzt spitze. Hat Nelson einmal gesagt. Der, ich mache richtig hart. Boah, Wichser. Ja, wie man gesehen hat, ausweichen auch immer wichtig. Ich glaube, da hinten liegt auch noch was. Lebensstein habe ich langsam echt genug. Banditenmesser. Kann ich auch nicht nehmen, Alter. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, wir müssen halt noch anständig leveln, bis vorher alles funktioniert. Conzeit, Conrad. Jetzt rassieren wir mal um, die erst mal wieder weg. Und dann, ein bisschen Zeit haben wir noch für die Session. Ich bin bereits. Jetzt mal eine Nachricht schreiben. So, weiter geht's. So, wie gesagt, erst oben die Kribbe. Geh nur her. Ey, das war ja ein geiler Move, oder? Wie so eine Pussy ist das gleich. Geil. So, dann machen wir ihn hier wieder. Mit der Anschleich mit, oder? Du bist tot. Und Hollywood So, weiter geht's Ein paar Klapperköpfe verbrücheln Da war doch jetzt noch einer Ich hab ihn doch grunzen gehört Boah, dass der da gestorben ist Was willst du denn, hä? Boah Ah, die Sau hat mich immer noch erwischt Genau, ich kann ja mal die Wurfmesser Vorführen Und hoch Na, die machen ordentlich Damage Bam Zwei Level brauche ich noch Dann müsste ich ja noch zweimal durchrennen, damit ich Level 15 bin Scheiße Also macht er seine Moves zwar schneller, aber hat weniger Schaden Aber ich glaub, das kann ich auch noch skillen, dass es schneller wird Das wäre vielleicht von Anfang an das Beste, schneller einfach zu kämpfen Weil wenn ich keinen Schaden mache, einen Stunden lang kämpfe, ist das ja auf den Arsch Keine Chance, Kollege Er sieht aus hier Haut gefressen Ich habe einen Sprungangriff geschaffen Wurfmesser Das war's für dich Ganz vergessen, wie viele hier immer lagen Ich weiß, dass du da bist Warum stirbst du nicht? Und ich nicht will Das ist ja schlecht Nein Oh, da komm doch aus dem Arsch, du hässlicher Vogel, Alter Hier ist doch ein Lappengegner Höhlensoldatenschnull Ach, ich hab doch ne Kapuze Die, die ich am Anfang an hatte Das ist ja Nein Wegen dieser Scheißwand Nein, Alter Dafür gibt's gleich einen neuen Lebensstein Der wird natürlich gleich gesnackt Mal kurz ne Nachricht schreiben So, jetzt machen wir den Bogen schützen, Karl Und dann machen wir unseren Geronimo Und dann machen wir unseren Geronimo So, Alter, ist das da oben ja auch noch so komisch Nein Ihr Wichser, Alter Ich hasse Gehen wir die so im Hintergrund noch agieren Naja, wir haben's ja gleich geschafft Ja, wir haben wieder so Zeug hier, da kann man nämlich ordentlich Halt Seelenform 800 Aber ich krieg immer nur 800 Ich mach mal eine Eins Aber ich kann zu zauberbomben mal hochschmeißen Das könnte ich machen Bin ich den Wichser wenigstens los Hollywood Wenn ich den treff Das sieht schlecht aus Dann lassen wir das Das ist nochmal Judah Jetzt haben wir 4500 Seelen Können wir erstmal ein paar Level machen Jetzt sind schon drei Sekunden hier Halt Nein Kann Leuchtfolio nicht benutzen Ich hab mir viel geschlagen Ja, ich will ja auch Witz Haben wir's Halt die Schnauze, du Hure Das sagt man nicht So, Stärke brauchen wir 15 Geschick brauchen wir auch So, wir machen das noch Witzkraftintelligent ist alles so magische Scheiß Das braucht eigentlich keinen Mensch Kondition können wir nachher noch machen Für die Ausdauer Und die Balance Slots, ich weiß nicht was das mit den Slots auf sich hat Aber das ist ja die Zauberscheiß, Alter Yeah Und wir haben sogar noch 1000 über Ich kann das immer noch nicht benutzen, ja Doch kann ich Nehme ich das als Dingsig Ach Ach So Bäm, Alter Sieht doch geil aus Du Du Und du 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 De So, jetzt wollen wir mal den neuen Morgenstern ausprobieren, die Gangsters. Hey, du. Darf ich dich mal hauen? Voll auf die Mütze. Ich glaube, ich behalte den Morgenstern, um zu verstärken. Er macht viel mehr Spaß. Weil er so wuchtig einfach ist. Der ist wuchtig. Wuchtig. Ich muss immer hier hochrennen, damit er mich mit dem Pfeil nicht abwirft. Abschießt. Ich will doch nur deine Seele. Wer ist es denn? Ich muss immer noch nicht mehr aufhören. Woa. Fein voraus. Aha. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Freund Blase. So, ich höre ein Feige von hinten. Wow! Hey, hey, hey. Immer mit der Ruhe. Kollege Schnürschuh. Ich würde auch gerne wissen, wie ich da hinten draufkomme. Mal von hier aus hüpfen. Bis dahinter hüpfe ich nicht. Er sagt aber, ich soll's machen. Auf deine Verantwortung. Yeah. Geschafft. Jetzt gibt's bestimmt eigentlich einen Furz. Abschuldigung. Ich hätte einen Weg, wenn du noch 20.11 Uhr hast. Ich bin die Höhe. Ich bin die Höhe. Ich bin die Höhe. Und dann deine Höhe. Aber ich werde das. Ichículo' mit dem. Ich bin die Höhe. So, da sind wir wieder. Das Gamepad war ja doch nett. Da musste ich mal schnell die Batterien austauschen. Zahle jetzt? Da wo der runter gehüpft ist, soll das. Oder ist es hier gesünder? Ich denke ja. Aber dass ich das jetzt rausgefunden habe, dass ich Seelen von den Steinen kriege. Ich habe die bei einem anderen Gerichter nie verwendet, die Dinger. Aber der Name sagt ja eigentlich schon alles. Naja, ist ja jetzt erst mal zweitens. Boah. Keine Angst, ich hole dich. Du stirbst schon noch. Und... Jetzt komm her, du Flitzbübe! Oder soll ich erst die anderen verklappen? Wie du willst! Das ist nicht dein Kopf. Eingekollt. Was willst denn du? Hä? 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 Jetzt bist du dran, Freundchen. Er trifft, ich nicht, oder was? Jetzt aber Herausforderung Untertitelung des ZDF.